Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Blippi! Wow! Hey, ich bin's, Blippi! Und seht mal, wo wir sind. Wow, als wären wir in der Wildnis. Wow, das stimmt nicht. Wir sind nämlich im Woodland Park Zoo in Seattle, Washington. Und es wird echt spaßig, weil ihr und ich heute etwas über all die verschiedenen Tiere lernen werdet. Was sie fressen, wie ihr Lebensraum aussieht und auch ihre Persönlichkeiten. Wir haben alle unterschiedliche Persönlichkeiten. Die Tiere haben auch verschiedene niedliche Persönlichkeiten. Okay, los geht's! Hey, ich hab gerade wie ein Jaguar gefaucht. Yeah, ich bin im hinteren Teil des Jaguar-Geheges. Ja, aber die Jaguare sind nicht drin. Sie warten, bis sie raus dürfen. Hey, und was macht John da? Hey, John! Hey, Blippi! Willst du mir beim Fische verteilen? Yeah! Oh, hast du den da hingelegt? Oh! Yeah! Sieht aus, als hätte John einen kleinen Fisch hingelegt für die Jaguare. Belohnung für die Jaguare. Auch bekannt als Beschäftigung. Oh, darf ich mal? Klar! Perfekt! Wow, seht ihr ihn? Okay, also John sagt, wir dürfen etwas von dem Futter für die Jaguare auslegen. Okay! Okay, ich denke, das ist ein perfekter Platz. Das war's schon. Den Jaguaren wird der Platz gefallen. Wie wär's mit einem genau hier? Yeah! Hey, wir legen den hier weit nach oben. Und dann ist es etwas schwieriger und spannender für die Jaguare. Wow! So ist's gut. Perfekt! Also, es könnte sein, dass ein Jaguar vielleicht hier hochgeht und diesen Stamm entlangläuft. Yeah! Das wird so ein Spaß für Sie. Okay, vielleicht noch einen hier hin. Das ist gut. Okay, aber jetzt ist es Zeit, dass wir hier abhauen. Und dann, wenn alles vorbereitet ist, dann können die Jaguare rauskommen. Aha! Wow! Seht ihn an! Ja, ein Jaguar! Ja, das ist Fitz. Und Fitz ist ein Männchen. Hey, Fitz! Hey! Wow! Er scheint es zu mögen, dass wir den Fisch drinnen verteilt haben, ha? Haha! Wow! Wisst ihr, Jaguare sind die drittgrößten Katzen der ganzen Welt. Ja! Tiger, Löwen und dann Jaguare. Wow! Sie sind so groß! Ja! Seht ihr die Farben von Fitz? Sie sind eine Art orangefarbenes Creme. Und könnt ihr seine Punkte sehen? Wow! Man sagt aber nicht Punkte. Die nennt man Rosetten. Ja! Ihr könnt sie hier nochmal sehen. Hier drumherum, da ist eine dunklere Umrandung. Und dann gibt es einen kleinen Fleck in der Mitte. Ja! Das ist eine Rosette. Wow! Fitz ist so cool! Hey, Fitz! Wow! Wow! Hey! Seht mal dort! Ja! Das sind Tapire! Hey! Seht! Der da ist klein und der da ist groß. Der da ist nämlich ein Baby. Ja! Diese Tiere sind nachtaktiv. Das bedeutet, sie sind am liebsten draußen, wenn es Nacht ist. Haha! Und sie essen am liebsten Bambus. Haha! Wow! Sie sehen aus wie eine Art Schwein-, Kuh- und Ameisenbärkombination. Wow! Geht näher ran! Wow! Scheint so, als würden sie ihr Futter lieben. Aber hey! Ist euch aufgefallen, dass ihre Nase, ja, sie ist irgendwie ziemlich lang. Und wenn sie schwimmen, ist der ganze Kopf unter Wasser. Dann geht die Nase nach oben in etwa wie bei einem Schnorchel. Wow! So können sie schwimmen und atmen. Wow! Whee! Und heute bei der Botschafter-Tiere-Show Ihr und ich lernen heute etwas über richtig coole Tiere. Aber zuerst bekommt ihr einige Hinweise und dann könnt ihr das Tier erraten, über das wir als erstes was lernen werden. Also, dieses Tier ist richtig stachelig. Yeah! Ähm, dieses Tier hat in etwa diese Größe. Es kann nicht springen. Und ist ein richtig guter Kletterer. Hm, welches Tier ist es? Es ist ziemlich stachelig. Ja, ein Stachelschwein! Wir lernen etwas über Stachelschweine. Oh, hi Kinder. Ich bin Susi und das ist meine Freundin Skyana. Skyana ist ein nordamerikanischer Baumstachler. Sie ist sechs Jahre alt und eine exzellente Kletterin. Sie ist auf diesen Ast geklettert, um euch allen Hallo zu sagen und natürlich auch wegen ihrer Lieblingssnacks. Heute isst sie einen Apfel. Sie liebt ihre Äpfel. Sie isst auch gerne Karotten und Süßkartoffeln. Und sie ist sehr stachelig. Sie ist eben ein Stachelschwein. Sie hat etwa 30.000 Stacheln unter all ihrem Fell. Aber keine Sorge, Stachelschweine schießen nicht mit den Stacheln. Stattdessen werfen sie sie ab, wenn sie sich bedroht fühlen. Die Enten sind sehr spitz. Sie haben kleine Haken dran, ähnlich einem Angelhaken. Sie bleiben hängen, wenn man ihnen nahe kommt. Ein Tier zum Beispiel, das sie beschnuppern möchte und begutachten. Wow! Dort, das ist Skyana! Wow! Hey, Skyana! Wow! Sie ist so niedlich! Wow! Das war so ein Spaß, ein Stachelschwein kennenzulernen, oder nicht? Ja, okay. Ich habe ein weiteres Tier für euch zum Erraten, okay? Also dieses Tier, ja, hat einen knöchernen Panzer. Ja, ja, um sich zu schützen. Hm, dieses Tier liebt es zu graben. Aha! Manche von diesen Tieren können sich zusammenrollen wie ein Ball. Wisst ihr, welches Tier gemeint ist? Ja, es ist ein Gürteltier! Aha! Hi, das ist Amarillo. Amarillo ist ein neunbinden Gürteltier. Man findet sie in Texas und Georgia und in wärmeren Regionen der Vereinigten Staaten. Und Amarillo liebt es, Käfer zu fressen. Das ist seine absolute Lieblingsbelohnung. Er hat eine harte Schale, die wie eine Panzerung ist und ihn vor Fressfeinden schützt. Aber er spürt es, wenn ich seinen Panzer anfasse. Er ist aus dem gleichen Material wie unsere Fingernägel. Wow! Oh, Gürteltiere sind so cool! Ich liebe die gepanzerte Schale. Oh, hey! Er kommt wieder zurück. Hey, komm hier rüber! Wir haben Leckerlis! Oh, er mampft los! Er hat sie alle gefunden. Aber hey, ich hab was vorbereitet. Ja, eine komplette Mahlzeit! Es gibt noch mehr Tiere, über die wir etwas lernen können. Wow! Es war so toll, etwas über diese Tiere lernen zu können, ha? Ja, ich liebe süße kleine Tiere. Okay, ich habe ein weiteres Tier zum Erraten. Seid ihr bereit? Das Tier diesmal ist ein Vogel. Ja, und dieser Vogel kann seinen Kopf tatsächlich um etwa 270 Grad drehen. Das ist fast einmal ganz herum. Er frisst gerne Mäuse. Ja! Oh, und er macht dieses Geräusch. Hu, hu. Ja, es ist eine Eule. Ich liebe Eulen. Hi, allerseits! Das ist Koba. Und Koba ist ein Brillen-Kauz. Brillen-Kreuze kommen aus Südamerika. Aber Koba ist sehr besonders, weil er nämlich hier bei uns geboren wurde, im Woodland Park Zoo. 1992. Er wird also 28 Jahre alt. Eulen sind wirklich besonders, denn sie haben richtig große Augen. Und das macht sie zu fabelhaften Jägern in der Nacht. Denn sie nehmen das ganze Licht auf, ob vom Mond oder den Sternen. Aber seine Augen sind so groß, dass er sie gar nicht bewegen kann. Wir können den Kopf stillhalten und nach links und rechts schauen. Aber Koba nicht. Er muss den Kopf drehen, um sich umzusehen. Also, das heißt, er kann seinen Kopf 270 Grad in die Richtung und 270 Grad dorthin drehen. Wow! Das war wirklich so ein Spaß, etwas über Eulen zu lernen. Wow! Was für ein hübscher Vogel! Hey, ich habe eine Idee. Wir könnten zusammen Eulen nachspielen. Hu, 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 hu. Hu, 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 hu. Wow! Diese Tiere sind wirklich so interessant, oder etwa nicht, ha? Yeah! Aber es ist noch nicht vorbei. Wir haben noch ein Tier für euch zum Erraten. Okay, hier die Hinweise. Dieses Tier, ja, liebt es in der Nacht draußen zu sein. Das heißt, es ist nachtaktiv. Dieses Tier hier ist haarig, aber der Schwanz nicht. Der Schwanz ist komplett unbehaart. Und wenn man in Nordamerika lebt, kann man es in Hinterhöfen entdecken. Nur nachts, wie ihr wisst. Ja, das ist ein Opossum! Hi, das ist Clyde. Und Clyde ist ein Virginia Opossum. Opossums sind eine richtige Besonderheit in Nordamerika. Denn sie sind unsere einzigen Beuteltiere. Was bedeutet, dass Opossums sehr winzige Babys haben, die in einem Beutel heranwachsen. Wie bei einem Känguru. Oder dem Koala. Opossums sind wichtig für unsere Umgebung, denn sie sind Allesfresser. Das bedeutet, sie fressen beides, Tiere und Pflanzen. Und das Beste an ihnen ist, Opossums fressen Zecken. Das sind Plagegeister und wir wollen keine Zecken an unserem Körper. Aber ein Opossum frisst bis zu 30.000 Zecken in einer Saison. Das ist richtig viel und sie bleiben so weg von mir und unseren Haustieren. Und sie sind ein leckerer Snack für Opossums. Wow! Seht ihr Clyde? Hey Clyde! Wow! Clyde ist so ein cooler Junge. Seht mal, wie lang seine Schnauze ist. Yeah! Wow! Und seht doch mal, Clyde, er benutzt seine kräftigen Pfoten und Zehen. Ja, und die Krallen. So bleibt er auf dem Ast. Hey Clyde! Richtig süß! Wow! Na, genießt du deine Snacks? Ja! Wow! Nun, das hat wirklich so viel Spaß gemacht, etwas über dieses Tier zu lernen. Das war echt... Oh, Spitze! Oh, Opossum! Wow! Seht's euch an! Das ist ein Nashorn. Ja, oder Rhinozeros. Wow! Oh, und das, dieses hier ist ein indisches Panzernashorn. Es ist das größte Rino in ganz Asien. Ja, es gibt tatsächlich drei Arten von Rinos in Asien. Hey! Wow! Schmeckt dir dein Snack? Ja, dieses Nashorn hat den Namen Glenn und er frisst hier Romana-Salat. Und zufällig hat Glenn Geburtstag heute. Ja, du hast Geburtstag, oder? Hey, wo gehst du denn hin? Er ist so lustig. Ja, Geburtstag. Glenn wird heute vier Jahre alt. Wow! Du wirst auch bald ein kräftiges, großes Nashorn. Wow! Seht mal diese Vögel! Diese Vögel heißen Flamingos. Wow! Welche Farbe haben Flamingos? Oh, ja! Sie haben die Farbe Pink. Wisst ihr, warum sie Pinkfarben sind? Ja, es ist die Nahrung, denn sie essen viele pinkfarbene Krabben. Das ist so cool! Hey, warum hab ich da nicht die Farbe Grün? Denn ich esse ganz schön viel Obst und viel Gemüse. Also gut, so albern. Oh, hey, seht ihr, dass die Flamingos auf einem Bein stehen? Ja, sie können ihr Bein so feststellen und so problemlos auf einem Bein stehen. Wow, das spart Energie. Hey, versuch doch auch mal auf einem Bein zu stehen. Ja! Wow! Wow! Macht Spaß, die Balance zu halten. Wow! Wow! Flamingos sind spitzenmäßig. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I Blippi, gut gemacht! Alles klar! Nun, bis demnächst! Bye-bye! Wow! 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 Blippi! Hallo! Hey! Ich bin's, Blippi! Ja, und heute sind wir bei der Boulder-Band-Glasbläserei in Leavenworth, Washington. Wow! Seht euch das an! Wow! Das sind Glasskulpturen. Wow! Sehr zerbrechlich! Wow! Ich muss ganz vorsichtig sein. Wow! Seht euch das an! Ja! Hier kann man alles Mögliche drauflegen. Wow! 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 Seht euch nur diese leuchtenden Farben an! Wow! Es würde mich total interessieren, wie die gemacht werden! Yeah! Alle diese Sachen hier sind handgemacht! Hier! Ja, handgemacht! Die wurden nicht mit Maschinen oder Ähnlichem hergestellt. Jede einzelne hiervon wurde gedreht oder geblasen. Ja, sie wurden von zwei Leuten gemacht. Genau hier! Ja! Haha! Haha! Okay! Kommt mit! Los geht's! Wow! Wow! Seht euch das an! Sieht wie ein blau-weißer Teller aus! Ich könnte tonnenweise Essen hiervon futtern! Oh! Also man nutzt es als Dekoration! Jede Elliot st compliments her! Das ist so cool! Wow! Wow. Schaut euch das an. Blau und Orange. Meine beiden Lieblingsfarben. Wow. Glas ist so cool. Weil, guckt mal, wie hart das ist. Oh. Au. Das tat weh. Aber wenn man es erhitzt, so richtig heiß, ja, dann verwandelt es sich in eine Flüssigkeit. So ähnlich wie im Honig. Ich liebe Honig. Wow. Seht euch das mal an. Wow. Es sind so viele coole Maschinen hier. Und Werkzeuge. Hey, seht euch das mal an. Wow. Was hier alles liegt. Das sieht aus wie eine Schere. Aber genutzt wird sie nur für Glas. Ja, die sehen wir uns später noch genauer an. Aber jetzt sehen wir uns das mal an. Wow. All diese tollen Farben. Das sind tatsächlich dicke, bunte Stäbe aus Glas. Wow. Welche Farbe ist das? Ja, es ist hellrot. Hört ihr das? Hört mal. Ja. Okay. Also hier ist rot. Hier orange. Hier ist gelb. Und das ist grün. Dann, ähm, Türkis liegt genau hier. Türkisgrün. Außerdem noch blau. Und dahinter liegt noch lila. Hm. Nicht zu vergessen. Weiß. Ha. Das ist so cool. Ich bin so gespannt darauf, was wir heute alles mit Glas machen werden. Wow. Seht mal diese Glasstäbe. Wow. So cool. Die sind von innen farbig. Wow. Okay. Lasst uns mal sehen, was sie hier noch so haben. Wow. Seht mal hier. Yeah. Das ist eine Werkbank. Hier rollt man eine Metallstange und das Glas ist hier am Ende. Und hier ein kleines, ähm, sieht aus wie ein Metallpaddel. Damit flacht man das Glas. Uh, eine Pinzette. Wow. Und hier ist eine Diamantschere. Jedes dieser Werkzeuge hat eine andere Funktion bei der Glasbearbeitung. Wow. Seht mal hier unten. Ein großes Paddel. Oh. Und es sieht so aus, als hätte das Glas es mit der Zeit schwarz verfärbt und verbrannt. Ja. Das ist voll cool. Okay. Was haben wir noch? Hier. Das, ähm, ist ein Gasbrenner. Yeah. So was wie eine Lötlampe. Ja. Und vorne kommt eine richtig große Flamme raus. Wow. Oh, hey. Seht mal. Sieht aus wie eine, ähm, Schale. Wow. Das ist so cool. Ich wette, da kommt Glas hinein. Okay. Es geht weiter. Wow. Wow. Seht mal hier. Wow. Ja. Das ist ein Ofen. Hier kommt das Glas rein und dann wird es heiß gemacht. Es wird richtig heiß da drin. Das fasse ich nicht an. Auf gar keinen Fall. Trotzdem kuschelig warm. Wow. Seht doch mal hier. Winzige Stücke aus Glas. Wow. Die sind so farbenfroh. Wow. Oh. Hier ist gelb. Blau. Orange und gelb. Bisschen lila. Oh. Und hier sind wieder meine beiden Lieblingsfarben. Blau und orange. Hi. Das ist so cool. Wow. Da ist eine Station. Sieht nach der Sicherheitsstation aus. Ihr kennt mich. Ich liebe Sicherheit. Seht mal hier. Oh. Was für riesige gelbe Handschuhe. Aha. Das sind besondere, tolle Handschuhe. Also, damit kann man sich nicht die Finger verbrennen. Wow. Wow. Aha. Wow. Okay. Wow. Hier unten. Wow. Sieht aus, als hätten wir einen Helm. Oh. Wie sehe ich aus? Sieht das doof aus? Wow. Ich liebe Schutzkleidung. Ja, die ist sehr sicher. Oh. Noch ein Ofen. Hier kommt am Ende dann das Glas rein, um abzukühlen. Sehr langsam. Wow. Und noch ein Ofen. Dieser Ofen ist richtig, richtig heiß. Hier drin ist das reine Glas. Ja. Und es ist im Grunde flüssig da drin. Wow. Seht mal da. Das ist ein Brenner. Wieder etwas Heißes, das ich auf keinen Fall anfassen werde. Wow. Es gibt so viele coole Sachen hier drin. Aber man muss wirklich vorsichtig sein. Hey. Hey. Seht. Ja. Seht euch mal diese Rohre an. Einige von ihnen haben Löcher am Ende. Könnt ihr das sehen? Ja. Da bläst der Glasbläser Luft durch das Rohr hindurch. Und auf der anderen Seite ist dann das Glas. Und die Luft lädt es auf. Genau wie bei einer Seifenblase. Oder einem Kaugummi. Ja. Das hier sind viele verschiedene Rohre. Seht mal hier. Die werden hier benutzt und sind sehr kalt. Deswegen kann ich sie auch einfach so anfassen. Yeah. Das ist so cool. Yeah. Wow. So cool. Wow. Was machen die denn da? Wow. Hey. Wer seid ihr zwei? Hi. Hi. Ich bin Craig. Ich bin Jory. Schön euch kennenzulernen. Ich bin Blippi. Was macht ihr da? Wir sind Glasbläser und machen gerade Herzen. Die machen wir besonders gern. Wow. Sie sind Glasbläser und stellen gerade Herzen her. Könnt ihr uns ein wenig mehr davon zeigen? Aber gerne doch. Fantastisch. Wow. Warum hältst du es jetzt in die Luft? Ich nutze die Schwerkraft. Wow. Was machst du denn da? Ich forme aus dem Glas ein schönes Herz. Oh. Das sieht aus wie eine Pinzette. Aha. Das sieht aus wie eine Pinzette. Aha. Wow. Seht ihr, was sie da an der Werkbank macht? Ja. Es ist dein Herz. Ja. Das Symbol der Liebe. Aha. Warum legst du es jetzt da rein? In diesem Ofen kann es langsam runterkühlen. Wenn das zu schnell geht, wird es zerbrechen. Das bleibt dann den ganzen Tag bei 493 Grad hier drin und kühlt zwei weitere Tage darin aus. Wow. Wow. Das ist so cool. Ich bin so gespannt, wie nach dem Abkühlen unser Herz aussieht. Aha. Habt ihr das gesehen? Das ist so cool, wie sie dieses Herz herstellen. Aha. Jetzt werde ich eins machen. Aber zuallererst muss ich meine Schutzbrille aufziehen. Einfach drüber. Aha. 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 Wow. Wie sehe ich aus? Wow. Aha. Yeah. Und jetzt bin ich bereit. Aha. Wow. Aha. Wow. Wow. Seht mal da. Wow. Zuerst müssen wir es rollen. Yeah. Oh. Das macht richtig Spaß. Okay. Aha. So geht das. Aha. Das macht so viel Spaß. Wow. Okay. Nun erhitzen wir es. Also ausgesucht habe ich mir blau und orange. Meine beiden Lieblingsfarben. Aha. Yeah. Was sind eure Lieblingsfarben? Oder Farbe? Wow. Was für eine schöne Farbe. Aha. Seht ihr, wie ich es drehe? Yeah. Damit die Schwerkraft nicht die Form verändern kann. Ja. Wow. Das ist richtig heiß. Okay. Jetzt rollen wir es. Wow. Genau so. Immer schön weiter drehen. Wow. Wow. Genau. Schön weiter drehen. Sehr gut. Genau so. Ja. Noch weiter? Das sollte reichen. Du kannst jetzt aufhören. Stopp. Okay. Jetzt kannst du es abkühlen lassen. Okay. Das Glas. Es war sehr weich. Richtig? Ja. Und jetzt müssen wir es abkühlen und wieder hart werden lassen. Damit, wenn wir die nächste Schicht auftragen, sich die beiden Gläser nicht vermischen. Okay. Jetzt kühlt es also ein wenig ab. Wow. Das sieht sehr gut aus. Dankeschön. Hä? Wow. Das macht Spaß. Aha. Wow. Es ist so cool, dass Glas so hart sein kann, wenn es kalt ist. Aber wenn man es erhitzt, bei richtig hohen Temperaturen, dann bekommt es eine honigähnliche Konsistenz. Hm? Ich liebe Honig. Auf jeden Fall würde ich dieses geschmolzene Glas hier, oder Honig, nicht essen. Das würde wehtun. Wow. 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 Seht ihr, was sie da macht? Sie benutzt dieses löffelähnliche Werkzeug und rollt darin das heiße Glas. Und seht mal, wie weich und rund es jetzt aussieht. Wow. Ein bisschen mehr Hitze. Jetzt geht's los. Wow. Okay. Es ist fertig. Wow. Wow. Okay. Als erstes müssen wir draufklopfen. Aber ich muss weiter drehen. Und los geht's. Seid ihr bereit? Okay. Wow. Seht euch das an. Ich bringe es noch ein wenig mehr in Form. Erkennt man schon, das Herz? Yeah. Okay. Das verträgt noch ein wenig mehr Hitze. Und dann kümmern wir uns noch um den letzten Feinschliff und fertig. Okay. Noch ein letztes Mal in Form bringen. Und hier. Okay. Wie ist das? Oh, das wird sehr gut. Und hier ziehen wir mit der Pinzette die Spitze noch ein wenig nach oben. Perfekt. Und jetzt legen wir es hier hin. Wow. Und noch ein bisschen mehr hier mit eindrücken. In der Mitte. Ich hoffe, es ist in der Mitte. Nicht wirklich. Na ja, ist okay. Perfekt. Okay. Wie sieht es aus? Das sieht wirklich sehr gut aus. Okay. Gut. Wow. Wow. Das hat so viel Spaß gemacht. Jetzt kümmern Sie sich um die letzten Anpassungen und dann entfernen Sie das Herz von der Metallstange. Das hat so viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. jetzt benutzen wir das rückwärts kreisen weil wir gerade das glas beschädigt haben wir erhitzen ist arbeiten es ein und setzen dann einen stempel drauf genau so das hat so viel spaß gemacht heute bei der boulder band glasbläserei hatte dir spaß seht mal was hier heute alles gemacht wurde wir wir haben diesen coolen lampenschirm wow erinnert ihr euch wie sie es aufgeblasen haben und es wurde größer und weitete sich seht das ist so hübsch und dann haben wir noch diese bläuliche weißliche schale wow da passen so viele süßigkeiten rein ja sie machen hier sehr gute arbeit wow und danach machten sie das herz ja und sie benutzen dafür gelb und orange wow ja ja das ist so cool dann durfte ich auch ein herz herstellen erinnert ihr euch an die farben die ich benutzt habe ja blau und orange genau wow hier ist es wow wir haben sehr gute arbeit geleistet bei diesem herz wow das war so cool es ist so cool dass wenn es abgekühlt ist ja dann wird das glas es wird richtig hart ja und wenn es im ofen richtig heiß wird dann ist es fast flüssig wow naja fast wie honig aber es ist keiner es ist glas okay gut ich sollte dann mal besser gehen nun das ist das ende dieses videos aber noch viele andere meine videos findet ihr dann wenn ihr blippi eingibt buchstabiert ja meinen namen mit mir bl i p p i blippi gut gemacht okay bye bye hey heute bin ich auf einer riesen ranch mit meinen freunden der familie x hallo gleich werden wir richtig spaß haben wir gucken uns hier pferde an kühe und andere spannende dinge auf der ranch hey blippi hol dir mal einen sattel dann reiten wir das wird echt lustig guck mal wo wir sind wir sind in einem echten kuhstall die familie ax bringt das pferd gleich hier und währenddessen führe ich euch herum guck mal hier leben die rinderhunde das macht spaß hier ist noch einer kommt er und noch einer schaut mal kommt er der muss sicher arbeiten denn die tür ist offen die cowboys haben ihn bestimmt guckt mal hallo das ist heu und es sieht voll lecker aus nur ein witz heu schmeckt kühen und pferden aber nicht menschen wow seht ihr das schaut genau hin wow lecker wow kommt mit wow guckt mal ein fangstand mit einer kopfhalterung hier ist der ort an dem die rinder hinkommen genau hier wenn der tierarzt kommt damit sie alle impfungen erhalten wow wow das ist wie eine schubkarre aber sie ist echt flach hier tut man heu drauf dann rollt man es weiter und füttert damit die kühe wow 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 mir ist gerade echt schwindelig okay ein letzter ort kommt rein wow das ist die sattelkammer guckt mal wow wow all diese sattel okay um ein pferd zu reiten brauche ich eure hilfe suchen wir uns unseren liebsten sattel okay na los den hier nö oder den nö ja dieser hier sieht aus wie ein guter okay aber erst brauchen wir eine unterlage die sind hier oben oh kommt der seht euch die mal an wisst ihr welche farbe sie hat ja sogar eine meiner lieblings zwei blau haha okay lasst uns diese unterlage nehmen und wir nehmen diese gleich hier und dann brauchen wir außerdem noch zaumzeug okay ich habe das zaumzeug ich lege es auf den sattel okay los geht's ja ja okay danke blippi dass du das pferdegeschirr bringst gern gibst du mir die sattelunterlagen ja klar wir legen die erstmal hier auf wozu braucht man die sattelunterlagen kommen unter den sattel die sind wie ein kissen für das pferd der sattel ist der ort auf dem der cowboy sitzt okay also kommt das hier aufs pferd nach der unterlage der sattel wird festgezurrt damit der reiter sitzen kann dann das zaumzeug oder kopfgestell okay ein cowboy oder cowgirl benutzt das zaumzeug um das pferd zu steuern wie ein lenkrad das kommt hierher und das über die ohren also so man steuert das zaumzeug mit den zügeln oh die sind also das lenkrad fürs pferd okay also heißt das ich kann jetzt das pferd lenken ich denke schon blippi okay blippi du bist dran alles klar okay wow okay los geht's hab einen guten ritt danke es geht los wow haha diese stute ist dunkelbraun sie ist wunderschön der name der stute ist fancy das heißt schick und das ist sie auch haha das hat echt spaß gemacht fancy ist nicht nur ein schönes tier wir benutzen sie und die anderen pferde auch als arbeitspferde um das viel durch die ranch zu treiben es war richtig toll lass uns mal gucken was es sonst noch gibt auf dieser großen ranch los geht's los geht's los geht's los geht's wow ein vier rad heißt vier rad weil es vier räder hat eins zwei drei vier wow wow ihr fahrt auf einem vier rad mit mir das macht spaß wow auf der ranch gibt es viele tolle nützliche maschinen wie dieses vier rad und so etwas dieser riesige kipp laster wow und einen mittelgroßen bagger und hier kommt das größte fahrzeug auf dieser ranch das ist echt ein großes ding wuuuuh jetzt wurde das fahrzeug geparkt und wir können gefahrlos ganz nah rangehen mein guter freund cody aus der familie ax hallo zusammen der wird euch jetzt alles zeigen seid ihr bereit ja also los ok dieses fahrzeug wird zum bekämpfen von waldbränden benutzt es ist wie ein löschauto und ein riesenlaster in einem seht ihr die großen räder die sind wie von einem monster truck guckt mal wie groß die sind sie sind dazu dass das fahrzeug nicht stecken bleibt wenn es durch die natur fährt lasst uns nach vorne gehen hier oben ist der pflug und hier das frontgitter das wird nach unten gesenkt und schiebt das ganze unterholz zur seite so entsteht eine schneise wenn das feuer hierher kommt geht es aus jetzt gehen wir nach hinten hier hinten ist ein riesiger wassertank gleich hier er ist voll mit wasser es sind ungefähr 4000 liter wasser und hier ist eine schlauchtrommel diesen roten schlauch kann man herausziehen ans feuer heranführen und es dann löschen oben ist ein teil das sich dreht und wasser verspritzt aber bevor ich euch das zeige gehen wir in die fahrerkabine ok jetzt sind wir im inneren des fahrzeugs ich zeige euch das mal hier ist das steuerrad dies wird verwendet um die maschine beim fahren zu steuern und wenn ihr mal hier hin guckt hier ist das armaturenbrett mit allen messgeräten wenn ihr auf diesen knopf drückt hört ihr das signalhorn hört ihr's jetzt schaut mal nach unten das ist das bremspedal und das ist das gaspedal und hier gibt es diesen kleinen hebel er steuert das gitter vorn am fahrzeug jetzt zeige ich euch das coolste das ist der joystick der die wasserkanone steuert guckt mal ich spritze jetzt wasser das hat echt spaß gemacht hier zu filmen auf dieser riesen ranch guckt euch auf jeden fall den youtube kanal der familie ex an dort findet ihr noch mehr ranch videos alles klar tschüss mag fliffi 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 flirs flirka flirka und Gemüse. Yeah! Kein Supermarkt heute. Denn ihr und ich sind auf der Farm. Es geht los. Seht mal da. Dort drüben steht ein Traktor mit zwei Wagen. Los kommt. Hier auf der Tanaka Farm fahrt ihr sogar Traktor. Auf der Tanaka Farm Traktor-Tour. Ich bin so aufgeregt. Oh, hey, seht mal. Hi, wer bist du? Ich bin Farmer Kenny. Schön, dass du hier bist. Ich bin Blippi. Was machst du hier? Ein bisschen von allem. Ich fahr den Traktor und nehm dich mit auf Tour. Wow, wir dürfen mit auf Tour? Klar, hüpf drauf. Okay, dann los. Wow, seht mal hier. Ich bin in einem Karottenfeld. Okay, steigen wir drüber. Seht ihr all das Grüne? Das ist das Kraut der Karotten. Das isst man nicht. Die eigentliche Karotte wächst im Boden. Deshalb nennt man sie ein Wurzelgemüse. Okay, wenn wir Karotten ernten wollen, dann müssen wir erst mal nach ihnen suchen. Also lasst uns das wegschieben. Wow, das sind ganz viele. Genau hier. Seht ihr das Orange? Ja, das hier sind Karotten. Aber sie stecken ziemlich fest in der Erde. Also nehmen wir diese riesige Mistgabel. Wow, sieht aus wie eine kleine Gabel, aber viel größer. Und damit lockern wir den Boden auf. Wow, jetzt müssen wir uns eine Karotte aussuchen. Hey, dann nehme ich doch gleich die hier. Wow. Wow, seht euch das an. Hier ist die Karotte. Wow. Yeah. Das ist cool. Ich liebe Karotten. Sie haben die Farbe Orange. Am liebsten mache ich sie in meinen Salat, in meinen Karottenkuchen oder in die Suppe. Die sind so yummy. Und sie helfen euren Augen, sogar nachts alles zu sehen. Wow. Ziemlich cool. Hey, und da fällt mir ein Tier ein, das am allerliebsten Karotten frisst. Und wisst ihr, welches Tier ich meine? Ah, lasst uns mal suchen. Oh, süßer Hase. Seht, ist ein süßer Hase. Wow, das Häschen hier heißt Andy. Oh, vielleicht will Andy meine Karotte von vorhin. Hier, bitte Andy. Ah, dann hat Andy keinen Hunger. Ist okay. Setzen wir Andy ab. Alles klar. Okay, so ist's gut, Andy. Wow. Ich liebe Hasen. Ihr Fell ist so weich. Hey. Das ist Peanut Butter. Und das andere hat den Namen Jelly. Oh, da ist nochmal eins. Seht sie euch an. Oh, hey. Alles gut. Ist okay. Hey, ja. Wow. Diese Hühnerrasse nennt man moderne Zweikämpfer. Ja. Und sie legen sogar Eier, obwohl sie so klein sind. Ja. Seht es euch an. Hey. Es ist so süß. Wow. Okay. Setzen wir Peanut Butter wieder ab, dann kann sie ein bisschen was essen. Am liebsten Mehlwürmer. Okay, ich lass dich runter. Ho, ho, ho. Und kommt mal mit. Oh, ho, ho. Ich will euch was zeigen. Wow. Denn hier in den Kisten, da liegen ein paar Eier. Ja, Hennen legen Eier. Wow. Wir haben ein Ei, zwei Eier, drei Eier und vier Eier. Diese beiden sind große Eier und diese beiden sind kleine Eier. Aber die beiden wurden nicht von den modernen Zweikämpfern gelegt. Diese sind zu groß für deren Hennen. Okay, wir legen die Eier mal zurück. Und gehen noch mal die Hühner besuchen. Die Hühner mögen ihren Snack. wow, hey, wow. Seht ihr das? Das sind Karotten. Yeah. Sie haben die Farbe Orange. Ich liebe die Farbe Orange. Sie ist einer meiner beiden Lieblingsfarben. Aha. Oh. Und das sind Zwiebeln. Wow. Das ist eine große Zwiebel. Aha. Und seht mal diese. Das sind auch schöne Zwiebeln. Aber man nennt sie Lauchzwiebeln. Es sind beides Zwiebeln. Aber sie sehen so verschieden aus. Wow. Das ist Romana. Ich liebe Romana. Er ist so gesund. Und ich mache daraus meinen Salat. Wow. Und das ist Beete. Wow. Das ist gelbe Beete. Und das ist rote Beete. Oh. Oh. Seht. Was ist das? Die sind hübsch. Das sind Radieschen. Seht ihr die Farbe? Wie eine Art pinkes rot. Yeah. Ich liebe diese Farbe. Wow. Hey. Und Spinat. Er ist verpackt in einer Box. Einer durchsichtigen Box. Und Spinat ist grün. Es scheint so, als sei das meiste Gemüsegrün. Denn seht ihr die Radieschen? Ja. Der Teil, den man isst, hat die pink-rote Farbe. Aber das hier oben, das betreibt Photosynthese und nährt die Radieschen. Und das hat die Farbe grün. Aber das isst man nicht mit. Wow. Grünkohl. Ihr solltet mal Grünkohlchips probieren? Ja. Wie normale Chips. Aber gesünder. Wow. Sind das Drumsticks? Nein. Das isst Zuckerrohr. Wow. Das isst ganz süß. Wow. längliche Auberginen. Wow. Sie haben die Farbe Lila. Ein ziemlich dunkles Lila. Wow. So cool. Und gesund. Oh. Hier gibt es grünen Sellerie. Und hier ist Blumenkohl. Hm. Oh. Und nicht zu vergessen die gelben Zucchini. Yeah. Wow. Und es gibt hier auch noch grüne Paprika. Ja. Gleich neben der roten Paprika. Seht's euch an. Yeah. Rot. Grün. Rot. Grün. Wir legen sie zurück. Einfach da hin. Und dann zu guter Letzt gibt's auch Maiskolben. Ich liebe Mais. Okay, Blippi, wir sind da. Yeah. Ich bin so aufgeregt. Wow. Ich frage mich, was hier auf den Feldern wächst. Na gut. Mal sehen. Okay. Wir gehen gleich hier rechts ins Feld. Okay. Du meinst hier? Alles klar. Wow. Was wächst hier? Das sind Wassermelonen. Wassermelonen. Wow. Sieht aus, als gäbe es zwei unterschiedliche Sorten. Ja, diese kleinen runden, das sind gelbe Wassermelonen. Okay. Diese großen länglichen, das sind rote Wassermelonen. Wow. Können wir welche pflücken? Ja, mal sehen, welche reif sind. Okay. Wie wäre es mit dieser gelben hier? Genau da in der Mitte. Diese? Ja. Okay, wie macht man das? Einfach nehmen, sie geht sofort ab. Wenn sie reif ist, geht sie gleich ab. Wow, seht sie euch an. Diese Wassermelone ist ein Kreis oder eine Kugel. Ah, okay, weiter geht's. Okay, dann sehen wir mal, ob wir eine rote finden. Wow, das ist eine große Wassermelone. Wow, und welche Form hat die? Sieht wie eine Kugel aus? Ja, wie eine artlängliche Kugel oder eine ovale. Okay, und nun können wir sie hier hinlegen? Ja, klar. Okay, wow, die sehen so lecker aus. Okay, alles klar. Also, das hier ist eine normale Wassermelone und wir wissen, welche Farbe sie innen hat. aber wir sollten sie aufschneiden und nachsehen, ob wir richtig liegen. Wow, yeah, außen natürlich grün und innen ist sie rot, wie erwartet. Wow, seht ihr die Kerne? Sie hat schwarze Kerne und weiße Kerne. Wow, okay. Diese Wassermelone sieht etwas anders aus. Wo ist der Unterschied zwischen ihnen? diese hat gelbes Fruchtfleisch. Oh, das macht Sinn. Ja, man nennt sie auch gelbe Wassermelone. Können wir sie aufmachen? Wir schneiden sie auf und sehen nach. Wenn sie schön reif sind, dann platzen sie gleich auf. Yeah, wow, so eine Wassermelone sehe ich zum ersten Mal. Seht, sie hat die Farbe gelb. Wow, okay, wir vergleichen mal die beiden. gelb, rot, gelb, rot. Beide sind lecker. Wow, ich werde mal kosten. Ganz süß. Ich liebe den Geschmack von gelben Wassermelonen. Hast du eine Lieblingssorte bei Wassermelonen? Ich mag die gelben lieber. Sie schmecken ein bisschen anders, aber sind wirklich gut. Ja, das muss man sagen, sie ist wirklich gut. Wollt ihr auch? Erdbeeren sind so lecker. Lasst uns noch mal welche abpflücken. Okay, seht ihr meinen Behälter? Ich nenne ihn Klappmuschelbehälter. Yeah! Wisst ihr, was eine Muschel ist? Ja, Muscheln sind Schalentiere und sie sehen so aus. Okay, wir pflücken 20 Erdbeeren. Wow, das sind viele Erdbeeren. Okay, bereit? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, wow, acht. neun, zehn. Erdbeeren. Okay, die Hälfte haben wir jetzt. Elf, zwölf, minus eins, wieder elf. Zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, gleich geschafft, achtzehn, neunzehn, eine noch, zwanzig. Zwanzig Erdbeeren in unserem Klappmuschelbehälter, coole Sache. Zähne. Juhu. Juhu. Doch was für Pflanzen sind das? Ich habe sie noch nie gesehen. Wow, kaum zu glauben, sie sind so hoch. Eigentlich wie Maispflanzen, aber ich weiß, es ist kein Mais. Wow, fast erwischt, wir bremsen, okay Blippi, das hier ist das Zuckerrohrfeld, Zuckerrohrfeld, habt ihr das gehört, ja klar, das muss es sein, Zuckerrohr, wow, alles klar, okay, Farmer Kenny, was machen wir nun, wir werden etwas Zuckerrohr schneiden, okay, wow, hey, das ist Zuckerrohr, das sieht bei einem schönen Stück aus, wow, wow, das ist ein scharfes Messer, er hat es abgehackt, wozu verwendet man Zuckerrohr, man kann einfach daran lutschen, man kann es auch auspressen und Saft daraus machen, damit kochen, wird daraus auch Zucker gemacht, ja, wow, Zuckerrohr bringt Zucker, wow, okay, wow, seht euch das an? Also normalerweise schneidet man einfach die Haut ab und kaut auf dem Inneren herum. Wow, also darauf kann man jetzt herumkaufen? Okay. Ja. Wow, immer wenn ihr Messer benutzt, seid sehr vorsichtig, richtig, liebe Eltern? Und nur Erwachsene sollten Messer benutzen? Wow, okay, das ist ja super. Du kannst auf dem Ende kauen. Okay, versuchen wir es. Ich liebe Zuckerrohr. Wow, seht mal da, wow, das ist eine mega große Pflanze und tatsächlich eine Blume. Das ist eine Riesenblume und die Blume, die nennt man Sonnenblume. Wow, wisst ihr, wieso sie Sonnenblume genannt wird? Ja, denn sie sieht aus wie die Sonne. Wow, und Sonnenblumen produzieren Kerne. Hm, lecker, Kerne sind sehr gesund. Nun, es hat mir so viel Spaß gemacht, etwas über Obst, Gemüse und Kerne zu lernen auf der Tanaka Farm in Irvine, Kalifornien. Und das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr mal einen Namen mit mir? Bereit? B-L-I-P-P-I Blippi, gut gemacht. Okay, bis demnächst. Bye, bye. Hey, ich bin's, Blippi. Hier im Tierheim von Pasadena leben viele Tiere, die vielleicht ein neues Zuhause brauchen. Ich kann es kaum mehr warten. Kommt schon. Okay, jetzt sind wir in dem Shop, in dem man Leckerlis, Spielzeug und Futter und vieles mehr für alle Haustiere hier kaufen kann. Okay, was gibt's hier alles? Uh, ja. Jeder Tag ist Katzentag. Das ist lustig. Hier fressen die Katzen ihr Futter. Oh, was ist das? Wow, Spielsachen. Wow. Da steht Lammkotelett. Uh, und das ist ein kleiner Fisch. Ich wette, das ist ein ganz tolles Kätzchenspielzeug. Denn Kätzchen lieben es, mit Fischen zu spielen. Okay. Uh, Kisten. Toll. Wenn du dein Haustier mal in der Öffentlichkeit transportieren musst, dann wirst du es wahrscheinlich in einer Kiste wie diese hier mitnehmen wollen. Guck, hier ist es auf Reisen wirklich gut aufgehoben. Uh, Leinen. Wow. Hier hängen total viele bunte Leinen. Diese Leine hat die Farbe Rot. Uh. Und diese Leine hat die Farbe Pink. Uh. Ich wette, die Farbe kennst du. Ich habe diese Farbe immer an. Ja, das ist die Farbe Blau. Kommt doch mal hier rüber. Wow. Das ist eine schöne Farbe. Yeah. So lebendig und kraftvoll. Und das ist die Farbe Pink. Uh. Young. Noch mehr Leckerlis. Oh. Aber warte mal. Das hier sieht aus, als wäre es für... Ich kriege die Tür nicht mehr auf. Hey. Dosenfutter. Kommt. Uh. Katzenfutter. Oh. Futternäpfe. Das sind Hundenäpfe. Oh. Uh. Kommt mal mit. Wenn ihr zu Hause einen Hund oder eine Katze habt, dann kennt ihr diese großen Pakete. Ja. Da ist eine Menge Fressen drin. Oh. Und das ist wahrscheinlich für Hühner. Vielleicht ist das aber auch nur Fressen mit Hühnergeschmack. Wer weiß. Uh. Und Leckerlis. Ja. Seht mal hier. Das sind Leckerlis. Und Hunde lieben die. Wir kaufen die Leckerlis jetzt und verfüttern sie dann an einen Hund. Kommt. Uh. Darf ich euch vorstellen? Das ist der prächtige Timmy. Höhöh. Uh. Und habt ihr das gesehen? Timmy hat eine Fliege. Seht mal. Auch ich habe eine Fliege. Aber meine Fliege hat die Farbe Orange. Und Timmy's Fliege. Siehst du die Farbe? Wow. Timmy. Timmy's Fliege hat die Farbe Rot. Wow. Das ist eine wirklich coole Fliege, Timmy. Hey, erinnert ihr euch noch an die Leckerlis? Ja. Timmy liebt sie. Hey. Timmy, hier ist was Leckeres für dich. Ein Leckerli. Ja. 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 Es ist vielleicht so ähnlich wie für uns, ähm, ein leckerer, knackiger Salat. Oder vielleicht auch ein bisschen wie ein Stück Pizza. Yum. Du bist ein Lieber, Timmy. Hier habe ich noch eins. Das Letzte. Oh, okay. Okay, lasst uns jetzt mit Pierre und Panther spielen. Da sind sie. Hey. Oh, nein. Guckt, der Kleine hier ist Panther. Hallo, Panther. Hm, so süß und so zart. Hallo. Seht? Oh, so süß. Okay, dann lasst uns mal Pierre Hallo sagen. Hey. Oh. Oh, hey. Oh, hey. Ich frage mich, ob sie Geschwister sind. Könnte schon sein. Sie sehen sich so ähnlich. Hey. Oh. Da drüben habe ich ein paar Spielsachen. Kommt mit. Oh, wie sie das finden werden. Hey. Okay. Willst du spielen? Oh. Scheinbar nicht. Hey. Willst du spielen? Mit dem Tennisball? Achtung. Oh. Okay, los geht's. Oh, du willst das hier? Wie wär's? Wie wär's? Ja, mit. Die sind so süß. Und was habe ich hier? Ein kleines Kätzchen. Das Kätzchen ist ganz verschlafen. Ich glaube, es ist gerade aufgewacht. Das ist so schön, wenn man sich mittags einfach mal zum Ausruhen hinlegen kann. Und genau das hat das Kätzchen gerade gemacht. Ich frage mich, ob das Kätzchen was geträumt hat. Ja. Was ist das? Wow. Das ist ein Katzenspielzeug. Hey, Kätzchen. Hey, Kätzchen. Ich glaube, es will im Moment gar nicht spielen. Obwohl, Katzen total gerne spielen. Es ist wichtig, mit Haustieren zu spielen. Genau. Kitty, 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 Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Das ist lustig. Oh. 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 Hier sind so viele Katzen. Und seht mal, wie die hier. Hi, Kätzchen. Hi, Kätzchen. Oh. Und hier sind noch mehr. Oh. Wow. Viele sind am Schlafen. Oh. Hey. Seht. Hi. Hi. Oh. Was hast du da? Das ist Pumpkin. Pumpkin ist eine der Katzen, die ein neues Zuhause suchen. Sie ist eine wundervolle Katze. Und sie kam zu uns, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Und wir hoffen sehr, dass sich jemand findet, der sie mit nach Hause nimmt. Oh. Wow. Kann ich Pumpkin streicheln? Ja. Kannst du. Hey, Pumpkin. Hey, Pumpkin. Oh. Pumpkin ist wirklich klasse und total süß. Hey. Ist sie nicht hübsch? Ja. Und wie? Die grünen Augen. Oh. So hübsch. Super. Mach's gut. Tschüss. Das Kleintierhaus. Bin gespannt, welche Tiere hier wohnen. Kommt mit. Wow. Das ist ein toller Raum. Uh. Guckt. Hallo. Es pennt. Aber da drin ist ein Meerschweinchen. Das ist lustig. Gut. Oh. Und was ist hier? Oh. Hallo, Vogel. Oh. Es ist ein Vogel. Schön. Cool. Cool. Süßer Vogel. Oh. Seht. Der Vogel war weiß. Und das ist ein weißer Hase. Wow. Guckt euch den Hasen mal an. Hey. Ich habe ein Spielzeug für euch. Es ist hier drüben. Wow. Ich möchte euch meinen Hasenkumpel vorstellen. Ha. Okay. Oh. Wo bist du? Hey, Kumpel. Hey, Kumpel. Oh. Da ist der. Hey. Hey. Der flitzt hier rum. Hey. Hey. Hallo. Hasen haben wirklich große Ohren. Oh. 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 Okay. Tschüss. 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 Das war großartig. Ja. 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 Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ja. Ja. Tschüss. Ja. Ich bin mein bester Freund. Alle zusammen sind mit. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Komm mal, komm mal, komm mal. Haustiere, Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Ja. Ja.